So, dann schauen wir nach dem alten Sniff, wie es ihm geht. Wo ist denn der jetzt? Ach, irgendwie bin ich da falsch. Der lohnt sich mit den Punkten da irgendwo ins Nirwana. Findemaster-Smith, okay. Dann kommen wir wieder nicht raus. Der Pfeu zeigt irgendwo anders hin. Da geht es auch wieder raus. Ich sehe schon, die haben da gewütet und deshalb, da kommen wir jetzt nicht durch bei dem Tor. Aber da kommen wir nicht drüber. Ach, das ist immer... Aber jetzt springt er zu viel, dann springt er zu wenig. Okay, da kommen wir nicht hin. Das ist nicht so einfach. Jetzt ist wieder so eine Jump and Run-Geschicht. Okay, da darf ich nicht rauf. Er blockt mich schon in der Luft, dass ich da nicht rüber darf. Es hat jetzt die Frage, wie wir da irgendwo reinkommen. Vielleicht, okay. Wie geht? Da schaut es mal gut aus. Da schaut es auf jeden Fall mal gut aus. Okay. Okay. Checkpoint, schaut auch sehr gut aus. Da finden wir wieder so einen Wasserschädel, der es kennen tut. Just like this is in your week. Okay. 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 Das war's für heute. In die Fresse direkt. Da brauchst du die Tropen nicht einmal was. Was soll denn das? Aha, wir sind da, ok. Da gehen wir nicht durch. Ja genau. Da schauen wir schon mehr gut aus. So, können wir da durchs Tor? Eigentlich nicht. Da saß die müssen da außen herum wieder. Ah, da ist die Schmiede. Da ist die Schmiede. Hallo? Komiko! Mein Körper. Mein Körper. Ich kann es nicht fühlen. Ich kann es überhaupt nicht fühlen. Oh, das ist schlecht. Ja, danke für das Update, Captain Obvious. Na dann reden wir mal mit ihm. Oh nein. So, Larry. Dank dir. Komm später wieder. Da ist niemand da. Oh nein. Oh nein. Das könnte sein Problem sein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kommiko! Kommiko! Komm�. Komm erstmal. Komm kommst! Komm. Kommst! Kommst! Wir haben uns… Kommst! Ich habe ihn verletzt! Wir wollen ihn nicht! Unsere Hilfe muss. Wir müssen nicht mehr Motiv sein. Jetzt müssen wir das. Lauf es noch weiter. Wir müssen uns das. Wir müssen nachdenken. Indeed, I believe I have reached the end of my route. No! It's it! I can't hear you. Then let me speak through you! I don't know. Listen, there is something we must do. The cure is complete. Fetch me the flask from the library. Okay, then let's get back to the Helm-Mittal. We have not too much time to get out of the library. Where is this? Huh? Fährküh! Wow! King Skeletor! Ah, voll! This is a large, which is orientated to the middle. Hallo, Jungones. This is an auspicious moment. I have completed my final meditation. Let me talk to him. What do we need to do with the flask? Keep it safe until you can find a way to administer it to Kamiko's body. It will heal her. Then you will need a chi-bender to reverse the soul-binding ritual. I need to talk to him now! I'm a chi-bender. You cannot perform it on yourself. Let me guess. I'll go blind? Your soul will discorporate and become a wisp adrift in the ether. I don't think you'd like it. Oh, you mean like... Will you let me talk? Okay, okay. Smith. Kamiko wants to speak with you. I'm not really sure how this is going to... Smith? Whoa. Like that, I guess. Yes, child. You can't die. I'm afraid you are mistaken. You showed me I was worth something. And that I could fight and become something more. I only saw what was already there. It is a rare occurrence when one person can truly help another. That is the gift you have given me. What will I do without you? What you would have done with me. Leave here. Become yourself. Save the world, most likely. Do not shrink from greatness, child. Breathe into it. Become it. You need not find your path. It has been beneath your feet all the time. Now, to the amulet. A spirit will. What? Wait. There is no more waiting for me. In this way, I can remain on your path a few moments longer. I will always love you. And I you, my child. As for you, Lo Wang. Yeah? Look after my students, if you can. Easy on the dick jokes, okay? Shit. I hope I have the strength to go out like that when my time comes. You. You jerk. Me? What did I do? He wasted his last words on you. I prefer to think that he spent them on me. If you ever make another dick joke, I will kill you. You can have my dick jokes when you pry them from my cold, dead Wang. I will never talk to you again. Finally. What is with Ector? I'm just going to watch. I'm just going to play my friends. Sieht ihr den Hauptplatz an? Ich mach mal ein Stück. Sieht ihr? Was ist das? Du kannst nun ein mächtiger Zeug mit einem Schatten tragen, wie du die Geistkolle der Sehlinge zu dürfen und sehen wirst. Dann kommt die Z, wie die Anzeige der Geistkolle voll ist. Na, du bist gut. Na, du bist gut. Geh! Geh! Das war's für heute. 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 You idiot! Das war's für heute. 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 Ja, dann schauen wir mal. wo uns das Portal dahin führt, ne?